Ich bin zwar schlecht, dass es in deinem Team Er war das überraschenderweise doch ein bisschen besser als gedacht Was machen wir, Max? Ich bin der inneren Kreis Ja, beim Spinner ist er wie Ich bin Spinner-Kreis Ja, der Dreieckspinner Ja, warum? Ein Dreieck ist nicht rund Doch ein Dreieck kann doch rund sein Philosophie Was bin ich? S.A.S. Musst du kommen Was wir spielen? Achso Ja, wir spielen Ich war gerade von dem Boden voll fasziniert, weil der voll krass am Abspiegeln ist Aber dich nicht spiegelt Und dann war ich so, lol, der Boden Und dann war so, Marcel stand da und hat mich gekillt Das war ich? Nee, das war Marcel Nein, ich war Wasser holen Ich hab dich getötet, sonst sei ich nicht ein Killer Das war Marcel Ganz sicher war das nicht Stark, Thomas Er ist schon tot Du schießt nochmal auf mich Nochmal Doppelt hält besser Doppelt hält besser Nein Alle gute Dinge sind drei Nein Das waren dann vier, Thomas hättest du jetzt nochmal geschossen Ich wollt's dir bloß sagen Bei Thomas nicht Nein Lass mich raten bei den mathematischen Aufgaben bei eurer Abschlussprüfung Ja, viele Ja, viele Philosophie mit Thomas Jaaa Wo denn? Wo ist er denn? Boi! Oh Gott 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 Ja In Epic Slow-Mo musste das gezeigt werden Dass sie nochmal verkackt beim Raubtrink auf diese Säule Jaaa Halt die Fresse Hör grad Marcel Blut an, mach mal warum er mich dann Teamkipps Geil Marcel, hinter dir Da ist niemand Thomas Du machst das, geh in die Bombe Defenden Ach du Ach du hast ihn schon getötet Du hast ihn schon mit der Waffe rum Thomas, nur deine richtige Waffe Meine richtige Waffe? Ist das andere keine richtige Waffe? Nein, das ist keine richtige Waffe So ein Revolver braucht doch niemand We have the bomb Sehr schön We lost, but it's not over yet Huch den Ohhhh Ich fiebe es nochmal Zack das Verlierer Team Ich kann mich grad an eine Runde erinnern Sag mal, einer hat sie mich abgespürzt Ja, das war Schnee von gestern, jetzt ist jetzt Hättest du etwa von John Snow Larry the Lobster Er spielt mit der Schwuchtel Dings Und muss trotzdem in die Räume flashen Hab ich gar nicht Ich hab, ich hab Thomas geflasht Und bekam ein Kreuz dafür, schau her Flash Achso Achso Und schon, dass er dich tötet Dann Danke Das hab ich gar nicht realisiert Thomas hat mich nicht geflasht Ey, wir müssen doch abdrücken Nein, bitte nicht Wir haben ein riesen Problem auf der Karte habe ich das Gefühl Wieso? Weil wir heizen immer so ein auf Inferno Ja Wie heizst du denn? Erf denn? Terminal Das beste CSGO war Black Ops 2 Oh mein Gott Das war grad wie mein Spray in PUBG damals Du hörst du bei mir auf dem Bildschirm hast du grad nix getroffen Ja, nicht nur bei dir Achso Ich hab sie sehn Sie rollt einfach wieder zurück Willst du vielleicht defusen? Ne, will er nicht Warum drückt er eigentlich ständig bloß 2, 3, 2, 3, 2, 3 Ja, so wie du dich mit deiner Tastatur einschließt Das ist der Code Das ist der Code 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 Wie mehr kurz Eins an, äh, eins Ich lag vorhin grad die ganze Zeit eine Bombe und drück F, 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 F Siehst du, sie müssen die Bombe haben um sie zu blenden Und ich so, hä, was, wieso geht das nicht? Lies den Text nur so, verstehe ich nicht What? Wie hast du das gemacht? Bei mir haben Wünschen warst du einfach irgendwo hin vorbei geschossen Ja, bei mir auch Das war dumm, Thomas, das war echt dumm Wollen nicht mal zielen Wollen sie mit der Schruppel in die schießen sollen, oder was? Nein, aber er hat nicht gezielt Und mit dem Revolver Ich glaub, Thomas ist noch zu sehr ein CS drin gehabt Wie kann man denn mit der Diegel so weit schießt? Das hat mich echt gewundert Ja, haben wir gemerkt Thomas hat öfters mal so Balken raus Balken? Ja Arbeitet ihr bei meinem Vater, oder was? Ja Was? Wo setz ich denn jetzt die Schweißteil auf dem Holzstück, da? Was hab ich da geschrieben? 46, 38, 58, 5 Hat dir Vanessa geschrieben? Nein, das steht da im Chat bei uns Ich hab's geschrieben Voll die Zahlen kombination Warum? Keine Ahnung Hab ich Lol, what? Ich hab mein Field of You verändert Warte, ich muss schnell Warte, mich nicht töten Ich hab mein Field of You geändert Nein! Oh! Das ist mich erschrocken Der Traitor Er war schon wieder im Spiel Er ist schon wieder gelaufen Ja, weil ich nichts machen kann Also, ich kann das Field of You nicht Also, ich kann's halt nicht ändern Ja, so, ich kann's halt nicht ändern Und, äh Also, ich kann's nicht werden, an denen ich Boah, Junge, das fühlt sich echt ekelhaft an So Jungs, lass mich den Scheißmini mehr Du Hörst an! Er ist mit Max Sandy Und er steht schon so auf dem Display Fabrizio Was ist das? Ich weiße Also, auf meinem Bildschirm hast du grad vorbeigeschossen ständig Ach, sag bloß Oh, Thomas! Ach, sag bloß, Jules Ist ja fast so wie diese zwei Türmen, die 2001 gefahren sind Ach, sag bloß Ach, sag bloß Meinst du den Schicksalstuch? Ja, nein Ja, nein Jules, du bist draufgegangen Ich auch Ich war heute in Nürnberg im Legostore drin, ne? Ja Und da war dieser Gt3, der Gt3 war aufgebaut Ja Und dann spiel ich so an dem Ding herum Und auf einmal bricht was ab Echt? Und ich stehe so da Hältst es in der Hand Und dann schaust du dich um Und lässt es langsam in deiner Tasche verschwinden Boah, hat niemand gesehen Das Chessding ist 300 Euro wert Oh mein Gott Erstmal mit dem Kind zu Weihnachten drauf Welches? Mit dem Kind was, ne? Achso Scheiße Vielleicht konnte ich ganz ruhig warten Nein Jules hab ich gesehen Was soll ich denn tun sollen? Nicht auf dich schießen Ja Machst du das mit jedem Menschen, den du triffst? Hast du Wehrpflicht oder so, Thomas? Wehrpflicht? Ja, Wehrpflicht halt Oh Gott Boah Ja, ich hab... Nächste Woche... Du musst dich noch antreten? Ja, ich muss noch Aber ich hab schon einen Brief parat Dass ich nicht ins Militär geh Ah, das ist schön Das ist gut so Muss ich jetzt auch rum schießen? Warum schießt ihr denn zurück? Warum kann denn die Diegel so weit schießen? Jules sind alle im Schweizer Militär Ja Ach, das dachte ich mir schon So wie Noll Äh, wie Noll mal meinte Dass Raketen ja auch kein Aufprallsensor hätten Sondern einfach so explodieren Was? Ja, Noll dachte Äh, weil er ja Auch bei diesen... Der hat ja auch Wehrpflicht um so einen Scheiß Dann ist er dort hingegangen Und dann meinte er zu mir Als er am Abend wieder da war Ja, Raketen von, äh, von einer Sagen wir jetzt von einem Wärmesucher Die explodieren einfach so Die haben keinen Aufprallsensor Die explodieren so Also die Raketen wissen ganz genau Ah, jetzt bin ich beim Flugzeug Jetzt explodier ich aber auch So meinte Noll wurde ihm das erklärt Ja, so ähnlich Er dachte wirklich, die explodieren einfach so Oh Gott, das war meine Nades Nein, das war meine Thomas ist echt noch im CSGO-Modus Der braucht kein Ziel Er braucht kein Ziel Spray down Spray down Ähm, so Juli Auf der Mauer, auf der Mauer Sitzen wir an den Ayo Zieh dir mal den Ayo Wo kam dieses Blob Garage gerade her? Ich bin aufge... Ich bin aufgeprallt am Boden Gerade wird's geploppt Bei mir Defend the objective Hopp Du Arschloch Mann, stirb doch, du Hurensohn Wichser, Alter Nein Schau, schon die ganze Zeit hinterher, du Opfer Knapp Meine Bombe Verdient, Marcel Verdient Julius Ja Ungeleid, das wollte ich nicht Ich wollte mir auch mal wieder was über den Pisser ziehen Was? Was? Also nicht da Doch, sie schläft aber Ja, geht ja auch dann, oder? Marcel macht es uns einfach Warte, warte, ich hab passende Worte dafür Surf Auf Larry, du bist ein Wichser Schön, dass er mir gerade sagt, dass ich der eigentliche bin Einziger Einziger Gut geschossen Der ist Aus der Map Du hast die Tore gemacht, Marcel Du hast die Tore gemacht, Marcel Moment Was schreibt ihr zu euch schwuchteln, ha? Noch besser so Oh, ich hasse mein Leben Komm ja nicht her, ich bin bewaffnet Okay Ich hasse dich erzählen Das ist Entschuldigung Das war echt keine Absichtssombus Wieso wird die Bombe so schnell geblendet? Weiß ich auch nicht Hat jemand eine Nervensteuerung gespült? Ja, jemand hat eine Nervensteuerung gespült Du Bitts Du Bitts Ein Tier Warte, warte, warte Zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei Elis? Ja Wem schreibst du da was? Habe ich dir nichts geschrieben? Nein Ups Das ist uns allen geschrieben Ich seh, achso Ich seh, ich hab Die atemberaubende Tierwelt mit Max Philipp Heute Schimpansen Ich seh, ich hab keine verwendet Ja, klare Drohne Ich hab keine verwendet Marcel Nein, hab ich nicht Du ein scheiß Cheater, Alter Wenn du gewinnst, dann zählt das einfach nicht Wartet, 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 wartet Smurf Nein, Alter, Leute Lief ich direkt das Game, ey Sonnunführer PC wegschmeißen Du bist doch nicht daran gestorben Ja, egal Trotzdem, hallo Es hat mich voll verwirrt Du bist nicht mal der, den ich getroffen hab Du bist nicht mal der, den ich getroffen hab Das geht hier ums Prinzip Du musst hier vollständig Ich war jetzt voll abgelenkt Weil du da Cheap bist Wer Max Taliban Und sein Haus würde von so einem Scheiß zerstört werden Dann wird auch erstmal von einem kommen Hacker Ja Bin ich voll verwirrt Er ruft erstmal CSGO an Ja, du warst Ja, du warst Disco Man Das hat da Disco Ja Decker Ey, warum kann man denn mit der Deagle so weit schießen? Fix das mal Unrealistisch Ich hasse euch, Mann Alter, das tut mir so leid Alter, das tut mir so leid Scheiß Game Fick dich, Marcel Was hast du im Hintergrund? Du scheiß Hurensohn Ich bin doch ganz heißer wegen dir, ey Pizza Hat die Max gar nicht interessiert, dass du was hochflog Das war ich dir echt Thomas, der nice Gude, alte Thomas, wir kennen ihn nicht Oh, bitte Nein Was? Ich schaue Ich stehe da unten Schau dich an Du schaust ja auf den Boden Ich fang so das Blenden an Ja Ja Ich schaue es auf Ich habe diesen Diesen Herz Ich schaue es auf Ey, einer ist ganz nah bei mir Schaue es unter Oh, einer Blenden Ich bin ein bisschen verschleimt jetzt Weil Master so ein Hurensohn ist Ihr fragt mich schlussendlich Warum man denn eigentlich das bisher der Glock 18 einstellen kann Ja, hallo, falls du Wenn mein Spray mal nicht genau ist Wenn du mehr als 2 Meter schießen willst Wenn du mal wieder längere Aufreihe hast Ja Ja Irgendwie war mir das nicht ganz keusel Ich habe sogar gewartet Wie zur Hölle hast du mich gesehen? Ja, Marcel ist ein scheiß Cheater Deshalb sieht er dich Eben Merkst du Wenn sie sah ihn ja nicht laufen Ja, ist klar So ne kurze So ne kurze Distanz Warum killt die im UMP auf so ne kurze Distanz? Noch ne Runde Noch ne Runde Aber dann